Hier ist sie praktisch zu Hause, Maya Wai auf der Schuh-Order-Messe GDS in Düsseldorf. Sie kennt die Runways aus der ersten Reihe, ist beliebter Gast an jedem Stand und in jedem Geschäft. Was sie in die Hand nimmt, auswählt und dann veröffentlicht auf ihrer Website, geht in den Verkäufen nach oben. Ich freue mich, wenn anderen Menschen das gefällt, was ich mache und wenn das irgendwie Anklang findet und ich andere Menschen inspiriere. An dem Schuh ganz speziell gefällt mir eigentlich der Schnitt. Ich finde, er ist sehr feminin. Die Farben gefallen mir gut, gerade das auch mit dem GroKo-Print finde ich super. Allein in den letzten paar Tagen haben einige tausend Menschen entschieden, ihren Blog zu abonnieren. Inzwischen folgen ihr ca. 40.000 Mode-Interessierte. Allerdings nicht nur passiv. Das ist teilweise echt so, dass mir super viele Leute schreiben und mich nach Ratschlägen fragen, was ziehe ich zu meinem Abi-Ball an? Oder auch ganz oft, wo sie vergleichbare Sachen herbekommen. Und natürlich antworte ich darauf auch und ich bin super dankbar, dass mir so viele Menschen ihr Vertrauen schenken. Die Blogger, heutzutage zum Teil selbst auf den roten Teppichen, wie zum Beispiel Bonnie Strange. Das erfolgreiche It-Girl beschreibt, wo das Geheimnis des Erfolgs wahrscheinlich liegt. Wenn du das machst, was alle anderen machen, dann braucht es 300 Jahre wahrscheinlich, bis du dann erfolgreich wirst. Oder es passiert einfach gar nicht. Es gibt ja schon eine Kiara. Warum sollen wir noch eine Kiara haben? Und noch eine, und noch eine, und noch eine. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, authentisch zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein Grund ist, warum mir so viele Menschen folgen, bzw. vielen Menschen das gefällt, was ich mache. Ob viele Abonnenten oder nicht, Fashion-Blogging ist inzwischen ein Full-Time-Job. Und das funktioniert oft nur mit solventen Sponsoren. Die kommen meist aus der Mode- oder Kosmetikwelt mit klarem Marketing-Ziel mehr Emotionen ans Produkt. Ein Auftrag, dem sich übrigens auch die Messe GDS verschrieben hat. Und wir sind uns darüber im Klaren. Wir sind eine B2B-Messe. Es geht um Information, es geht um Produkt. Es geht dann im weitesten Sinne doch um Auswahl von Lieferanten und um Order. Aber es ist natürlich auch ein hochemotionales Produkt. Und wir sind der Meinung, der Einzelhandel muss in Zukunft deutlich mehr Inszenierung betreiben. Die Aussteller müssen es auch, um das Produkt weiter rauszustellen. Und dann müssen auch wir dementsprechend dazu beitragen. Schuhe. Für viele ein Thema mit ohnehin schon ausreichend Emotion. Im Februar geht's weiter. Auf der nächsten GDS in Düsseldorf. Untertitelung des ZDF, 2020